Ordnungspunkt 6 noch behandeln vor der Pause, das ist die Umbesetzung Gemeindewahlausschuss und hier gibt es zwei Möglichkeiten, ist eine Vorlage, ich würde dann fragen, ob wir die offen abstimmen können, wenn das der Fall wäre, würde ich sie abstimmen lassen, wenn Widerspruch, was die offene Abstimmung angeht, hier signalisiert wird, würden wir Wahlzettel vorbereiten und müssten dann aber die Wahl heute entsprechend auch noch durchführen, weil diese Vorlage, was die Umbesetzung des Gemeindewahlausschusses angeht, doch sehr dringend ist. So und deswegen würde ich mal fragen, gibt es Widerspruch für eine offene Abstimmung der Vorlage? Okay, das sehe ich nicht, dann frage ich nochmal, will jemand reden zu der Vorlage? Ist nicht der Fall, dann stelle ich die Vorlage zur Abstimmung, wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Die wäre mit 58, ja, 097 Enthaltung so beschlossen. Vielen Dank und wir würden jetzt in die Pause eintreten und uns 19.50 Uhr hier wieder treffen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.